Das Projekt Würfelexperimente beinhaltet viele verschiedene interaktive und spannende Experimente mit Würfeln und mit Spielen, die den Kindern die ersten Erfahrungen mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeiten ermöglichen. Als Einstieg kann einer ganz interessanten Frage nachgegangen werden, der auch Kinder auf den Grund gehen können, die vorher sich noch keine Gedanken über Wahrscheinlichkeiten gemacht haben, nämlich der Frage, wie oft man tatsächlich würfeln muss, bis alle Zahlen mindestens einmal gefallen sind. Man muss deutlich häufiger als sechsmal würfeln, erfahren die Kinder dabei. Wenn die Kinder dieser Frage auf den Grund gehen, können sie einerseits einfach eine Strichliste machen und ihre Ergebnisse in der Strichliste dokumentieren und sehen so alles im Überblick. Hier zeigen wir ihnen eine Alternative zur Strichliste, die den Kindern sicherlich viel Spaß macht. Sie zeichnen einen Clown mit sechs Merkmalen, das heißt einem Hut, den Augen, eine Nase, einen Mund, eine Fliege. Locken könnte man als sechstes nehmen und schreiben an diese sechs Merkmale die Zahlen des Würfels, ordnen die sozusagen zu. Dann kann gewürfelt werden, wenn eine eins gewürfelt ist, zeichnen sie einen Hut. Wenn jetzt eine vier gewürfelt wird, könnte man dem Clown einen Mund malen. Wird jetzt wieder eine vier gewürfelt, bräuchte der Clown einen zweiten Mund und so geht es weiter, bis der Clown alle seine sechs Merkmale hat und die Kinder stellen so fest, dass der Clown nicht nur einmal Locken haben wird, sondern öfter vielleicht und dass manches einfach doppelt sein wird. Die Kinder können dann im weiteren Verlauf Brettspiele gestalten, die auch in die Ausstellung eingehen und dann aktiv mit den Besuchern gespielt werden können in der Ausstellung. Dafür gibt es eine Planko-Vorlage. Hier haben wir jetzt schon ein fertig gestaltetes Spielfeld. Was ist denn das hier zum Beispiel? Das sind Leitern. Man kommt irgendwann vielleicht auf die Neun, dann geht man über die Leiter, darf man gleich zu Feld 14. Andersrum, auf Feld 14 müsste man wieder runter zu Feld 9, weil man die Leiter wieder runterrutscht. Das gibt es an verschiedenen Stellen. Man kann auch Schlangen machen anstatt Leitern. Das macht das ein bisschen interessanter. Und es gibt noch andere Felder, die hier beschrieben sind. Was macht man da? Das sind Ereignisfelder, die in bestimmten Abständen auf dem Spielfeld zu sehen sind. Ja, die Aktionen, die wir uns hier überlegt haben, greifen aktiv ins Spielgeschehen ein. Man geht ein paar Schritte zurück, wenige Schritte vor. Man kann den Mitspieler vor- oder zurückrücken. Man kann auch andere Aktionen machen. Man kann zum Beispiel auch sagen, hüpfe fünfmal. Aber wir haben uns jetzt in diesem Beispiel dafür entschieden, ins Spielgeschehen einzuschreiten. Und die Kinder probieren das, wenn sie sich das dann überlegt haben, auch selbst aus und versuchen das dann so zu machen, dass das Spiel nicht zu lang und nicht zu kurz dauert. Genau. Wie Sie sehen konnten, haben uns die Aktivitäten sehr viel Spaß bereitet. Jetzt können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern loslegen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.